Hallo, hier war ich Küken und da bin ich recht herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal zum Blind Stuffing Game. Obligado. Heute spielen wir zusammen die Demo von Cinco Noches Los Proyectos de Afton. Wie ihr seht, ist man wieder hier auf Portugais. Maltito Portugais. I don't understand Portugais. I love Brazil, Brazil. What? Oh, nice. Selbisch gezeichnet. Nice drawing. Oh, die Türen. Die Türen passen jetzt aber absolut nicht dazu. Das wird immer cool. Der Lichtschalter gemalt. Oh, freddy. Das ist die Demo. Chicken. Das ist das, was ich sagen. Das ist das, was ich sagen muss. Wir sehen uns morgen. Manana? Sonst ist... Da geht die Kamera nicht? Oder sind die Chickens? Oh yeah! Jesus Christ, was mach ich mir da? Was tu ich mir da wieder an? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es. Ich kann es euch nicht sagen, was ich mir da wieder an tun. Ist halt ein Spiel, da. Aber so, was selbst gemalt ist, finde ich es cool. Und dass man hier die Tür auch auf diesem gemalten zumachen kann, ist nicht schlecht. Habe ich noch was anderes? Ich habe sonst keine Maske oder sonst. Ich kann mich nicht bewegen. Ein Quiek, Quiek, Quiek macht es auch nicht. Was ich wohl schlecht finde. Sonst kann man auch nichts anklicken. Irgendwas, ein Gimmick oder irgendwie. Oh! Er kommt von rechts. Right Side. Er kommt von rechts. Sieht man ihn dann? Oder sieht man ihn nicht? Ihr seht ihr auch schon aufgewacht. Und die chickens und der blaue da, blaue Bild, der ist noch da. Aber ja. Rechte Seite. Rechte Seite, blaue, recht länge Seite. So gehe ich davon aus, ja. Obligado. Oh, jetzt ist immer näher an das Bild. Aber wir haben schon drei Uhr. Ja, nur wieder hier. Aber hin... Hingehen würde ich nie noch passieren, weil ich muss einfach zumachen. In diesem Leben gehe ich sowieso nirgends mehr hin. Und da ich immer jemand, da ich einer bin, der kein Leben danach möchte, erst recht, jetzt auch im nächsten Leben kein, wo ist er? Sieht man ihn in der Office oder nicht? Er ist immer mal weg. Ich möchte wissen, ob man ihn sieht. Can I see him at the right side or not? Bei Hause juckt's hier, wo du stehst, aber er ist weg. Er ist weg, er ist aus dem Bild. Wieso stehst du nur auf 3 Viertel und jetzt auf... Du musst ihn nicht verstehen. Aber es kommt ja keiner. 5 Uhr? Hallo? Wo ist der Horst? Keine Ahnung. Freddy? Oh Leute, ich werde so ein Spiel machen, wo ich... ...planungs im Weltall, verstehst? Kommt er oder kommt er nicht? Muss ich das tun? Ich muss gar nichts. Strike! Yeah! Wie klasse gemacht, ne? Ja! Jürgen macht auf 8 Viertel! Schütze hin! Hinten. Nach 2, mui pronto. Es wird jetzt schneller. extra alle handel war ja die sitze extra Nach zwei? Ja, Freunde. Da hat er sich mit Sicherheit selber aufgenommen, wo er selber vielleicht hier an der Klampe rum gesessen ist und gespielt hat, Por Agu Fishing, Por Agu Fishing, ist halt ne Demo, aber ich mach es jetzt mal nicht ins Miese, weil mir das Office hat sich der Entwickler so viel Mühe gegeben, das selber zu zeichnen, ihr habt ja gesehen, das ist selber gezeichnet und es sieht gut aus, könnt ihr so malen, darum mach ich es mit Sicherheit nicht in die Miese. Es ist halt wahrscheinlich sein erstes Spiel und er hat was probiert und ja, aber er hat zumindest mal was eigenes drin, schön gemalte Offices, also ich finde sie schön bis auf die Türen, wo dann kommen. Da hätte ich mir jetzt noch gewünscht, dass die Türen selber gemalt werden. Please, Mr. Developer, the doors in the office, draw it like the office, the office looks great when it's your own drawing, but you must draw the doors when it's closed too with yourself. Was man nur so sagen, ich bedanke mich natürlich bei euch fürs zusehen, würde mich freuen, wenn wenn ihr wieder einschalten würdet auf einem rostigen Kanal, bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, das war auf jeden Fall Cinco Noces, en los Proyectos, der Aftal, bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, lasst euch vielleicht nochmal, ah, nochmal vielen Dank an meinen Unterstützer, den lieben Piwi, ich hatte es vergessen am Anfang zu sagen, sorry, auch ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr möchtet, als Kanal mit Pizza wie die Piwi, aktivieren wir über die Glocke und bei so noch keinen, aber auch, press den Headbutton to subscribe, am wünschen, bleibt es einfach gesund, genießt das Leben, macht es besser, es ist ja eine Scheißsituation, und bis zum nächsten Mal, tschöme du, gut, für die Geräte, eure Ruhe, die Geräte, lasst euch nicht mehr, nein, ciao, obrigado. Bis zum nächsten Mal.